Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Immer wieder kommt uns die Frage in den Sinn, dürfen wir als Christinnen und Christen eigentlich etwas besitzen? Dürfen wir gar Besitz anhäufen? Eine Folge wäre dann die Frage, wovon wir eigentlich leben sollen. Jesus sagt einmal im Evangelium, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Ist das eine Kapitalismuskritik? Ist das eine Kritik daran, überhaupt etwas zu besitzen? Ich denke nicht. Es ist eine Kritik daran, wenn einer immer mehr und mehr anhäufen will und letztendlich überhaupt nicht mehr weiß, was er mit dem ganzen Vermögen, mit dem ganzen Besitz, mit den ganzen Dingen, die er so hat, tun möchte. Und wir kennen das vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Es geht nicht nur um Reichtum und vielen Besitz. Wie viel Müll habe ich in meiner Schreibtischschublade? Wie viel häuft sich doch immer wieder bei mir an? Und wie gut tut es, ab und zu mal aufzuräumen? Das, was von Dingen dieser Welt gilt, von Dingen auch auf meinem Schreibtisch, das gilt auch von den Dingen, die in meinem Herzen sind. Es ist gut, immer wieder mal aufzuräumen. Nicht alles nur zu scheffeln, sondern auch einmal wieder frei zu werden, um auf das Wesentliche zu schauen, um Kapazitäten zu haben für den Herrn. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du lädst uns immer wieder dazu ein, uns frei zu machen von unwesentlichen Dingen, um das Wesentliche in unserem Leben zu erkennen. Führe uns durch diese Nacht und hilf uns auch morgen, uns von dem zu befreien, was uns von dir fernhält. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!